Hallo und willkommen zu einem weiteren Faktencheck und gleichzeitig Widerlegungsvideo. In diesem Fall als Wiederholung dessen, was ich bereits mehrfach gesagt und gezeigt und demonstriert habe. Was aber irgendwie anscheinend schnell wieder vergessen wird. Also worum geht es denn hier überhaupt? Ganz einfach, es geht um Tarnen, Täuschen, Tricksen. Es geht um Lügen und Betrügen. Und ja, das darf und muss man sogar ganz klar und offen so sagen. Es geht nicht um Daten, Fakten, Informationen und Wahrheit, sondern nur darum, dogmatischen Fanboys und Girls natürlich, das zu liefern, was sie hören möchten. Nicht, weil es stimmt, sondern weil es sich so schön anhört. Und jetzt komme ich, der Mann mit der Nadel, die Nadel genannt Wahrheit, und lasse die Blase platzen. Und deshalb müssen wir hier reden, über Koran und Wissenschaft, über Embryologie, die Entwicklung neuen Lebens und spezifisch über die Entstehung und Entwicklung menschlichen Lebens. Es geht also um Biologie und eine wissenschaftliche Beobachtung, die Analyse und dann die Beschreibung. Es betrifft die Entstehung und Entwicklung von embryonalen Zellen, aus denen der Mensch entsteht. Also Haare, Haut, Muskeln, Augen, Ohren, Nase, Mund, Zähne, Gehirn, Nerven, Hals, Kehlkopf, Schilddrüse, Lungen, Knochen, Herz, Milz, Leber, Nieren, Gelenke, Blinddarm. Naja, und die arme Bauchspeicheldrüse nicht zu vergessen und dann den Darm. Naja, und, 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 bis hin zur fertigen Entwicklung und dann der Geburt eines Menschen. Das nennt sich Embryologie. Also wir reden aber jetzt auch über den Koran des Islam, über den behauptet wird, es gebe dort, wie durch ein Wunder, eine präzise und detaillierte Beschreibung eben dieser Embryologie. Das, was sich so schön anhört für Fans des Islam. Nur leider stimmt da nichts. Angefangen bei der Bezeichnung. Und das ist meine Behauptung und die werde ich begründen und dann belegen. Ich werde daher in zwei Abschnitten zeigen, dass im Koran nichts steht, was in irgendeiner Weise als Embryologie bezeichnet werden kann. Und dann, dass alle Aussagen über das Thema Entstehung von Menschen komplett und völlig falsch sind, im Vergleich zu dem, was wir in der realen Welt beobachten können. Was so wahnsinnig traurig ist, für meinen Empfinden jedenfalls, ist die mangelnde Ehrlichkeit von Islam-Apologeten. Und hier ist es egal, ob das jetzt Sunnis sind von Naira oder Iman TV oder Shias von Batul oder egal welche Dava-Schmiede es auch sei. Jeder kann doch heute bei Google suchen nach Koran-Wunder und dann ehrlicherweise auch nach Koran-Wunder widerlegt. Und wird bei beiden Suchbegriffen ganz schnell fündig. Ich unterstelle also den Islam-Apologeten, den Islam-Apologeten Absicht und Vorsatz bei dem, was sie uns vorsitzen. Glauben denn die Leute dort wirklich, dass sie einen guten Job machen und den Islam vorteilhaft darstellen? Indem sie jeden intellektuell ehrlichen Ansatz ablehnen? Es ist doch reiner Betrug, der benutzt wird, um Ahnungslosen, Nicht-Muslimen vorzugaukeln, dass der Koran etwas enthält, was nachweislich korrekt ist. Gleichzeitig soll es gläubigen Muslimen vormachen, ihr Glaube sei berechtigt, weil ja der Islam mit seinem speziellen Buch etwas enthält, was andere Religionen nicht haben. Das ist aber falsch, weil der Koran nur das enthält, was damals auch bekannt war. Was sich heute allerdings meist als sachlich falsch herausgestellt hat. Außerdem, und das finde ich bemerkenswert, hat wohl fast jede Religion mittlerweile Anhänger, die behaupten, ihr Lieblingsbuch enthalte wissenschaftliche Fakten. Oder doch wenigstens, dass es nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegt wird. Naja, sind denn diese Behauptungen gerechtfertigt? Nein, sind sie nicht. Die erste Frage für mich also, steht im Koran, den gucken wir uns ja schließlich hier an, denn wirklich etwas über Embryologie? Nein, ganz entschieden, ganz klar, nein. Seit Jahren, seit anderthalb Jahrzehnten gibt es auf sehr hohem intellektuellen und akademischem Niveau gut ausgearbeitete Darstellungen, die ganz klar belegen, dass der sachliche Inhalt des Korans völliger Blödsinn ist für Menschen aus dem 21. Jahrhundert. Ganz besonders und ganz speziell die Embryologie-Behauptung. Die ist so definitiv und so abschließend widerlegt worden, dass man nur betrügerische Absichten unterstellen kann, wenn jemand heute noch diese Behauptungen aufstellt. Wir reden über das, was Menschen vor tausenden von Jahren geglaubt haben, ohne genaue Beobachtungen oder Experimente. Da ganz einfach das dazu notwendige Werkzeug fehlte. Alles, was die hatten, war das, was man mit bloßem Auge sehen konnte. Mehr war nicht drin. Wenn wir jetzt die Definition der Embryologie von vorhin vergleichen mit dem, was heute im Koran steht, was wird uns denn da geboten? Also meine Erwartung ist, dass auch wenn der Koran kein Wissenschaftsbuch ist, naja doch wenigstens das Fundament stimmen, also eine kurze, aber präzise, vor allem korrekte Darstellung liefern sollte. Auch wenn die Details fehlen. Ist denn diese Erwartung von mir gerechtfertigt? Wenn dies von einem Gott verfasst wurde, ist das doch das Mindeste, oder? Das ist die Erwartung, die man von einem Gott haben müsste und sollte. Aber, ja, stattdessen bekommen wir Kreationismus. Und zwar Kreationismus der primitivsten Art, wo halt ein übernatürliches, nicht zu erfassendes Überwesen Menschen manuell aus den verschiedensten Materialien herstellt, manuell, eigenhändig, und ihnen dann magisch und geheimnisvoll irgendwie Leben einhaucht, mitsamt einem geheimnisvollen Ding namens Seele. Und dies alles zusammen dann irgendwie in die Gebärmutter einer Frau gelangt und schließlich auf natürliche Weise geboren wird. Ey, geht's noch? Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand heutzutage wirklich so ausglaubt. Das ist doch ganz viel Ignoranz und ganz wenig Wissen. Es ist viel Simsalabim, aber wenig Fakten, viel Fantasie, wenig Realität. Dafür gibt es aber großspurige Behauptungen. Leider nur, sobald sie überprüft werden, fallen die sofort in sich zusammen. Wie ja fast alles im Koran. Und was hier zum Beispiel die Schiiten glauben und was der Auslöser war für mein Video über Bükerismus und jetzt diese Widerlegung, das ist die erstaunliche Naivität und das geradezu kindliche Vertrauen in obskure Heftchen, die nur Verschwörungstheorien und albernen Bükerismus enthalten. Die Leute setzen ihr gesamtes Dasein auf so einen Schund und verlangen dafür auch noch Respekt. Wenn man das dann vor deren Augen widerlegt, drehen sie sich um, machen die Augen zu und singen laut la 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 la, um bloß nicht mit der Wahrheit konfrontiert zu werden. Ja gut, da gehen wir mal etwas tiefer rein. Was genau steht denn jetzt im Koran über die Entstehung und Entwicklung von Menschen? Das ist eine einfache Frage mit einer langen und schwierigen Antwort, weil das Thema über das gesamte Buch verstreut ist. Hier sieht man mal so ein paar Beispiele. Es ist halt ein Buch über Götter, Engel, Dämonen und alle möglichen Fabelwesen. Nicht aber über die reale Welt von heute. Und Hauptakteure sind ein Gott und der Gegenspieler, ein Teufel. Halt das übliche Szenario. Black and white, gut und böse. Und da steht, dass ein Schöpfer, schräg schräg Gott, also irgendwann Menschen irgendwie in einem geheimen Prozess mit vielen Zaubersprüchen und ebenso vielen Materialien herstellt und dann zum Beispiel auf eine Schulter einen Engel setzt, der den Menschen Gutes eingibt. Also Gutes nach dem Gutdünken dieses Gottes, wohlgemerkt. Nicht, was wir Menschen heute als gut empfinden würden. Naja, der Teufel kriegt dann die andere Schulter und darf Böses einflüstern, das sogenannte Waswas oder Wiswas. Wer glaubt so etwas und warum? Und dann kommen da noch weitere Engelchen dazu. Nämlich, es muss ja alles aufgezeichnet werden, falls der Schöpfer schrägstrich Gott mal was vergessen sollte. Und dann kommt da noch ein Schutzengel dazu. Und irgendwann kommen da schnell mal so zehn oder zwölf Engel zusammen, die um jeden Menschen darum flattern. Aus Photonen, aber unsichtbar. Ein Wunder in sich. Warum und wozu braucht denn ein Gott uns Menschen? Naja, um das Ego zu streicheln, um die Gelüste dieses Gottes zu befriedigen, der, laut Koran jedenfalls, Anbetung, Diener und Schmeicheleinheiten braucht. Und deshalb, nur deshalb, stellt dieser Schöpfer schrägstrich Gott Menschen und Dämonen her, um ihm zu dienen, um ihn anzuhimmeln, um ihn anzubeten. Im Koran wird über die Entstehung und Entwicklung der Dämonen nichts gesagt. Nur, dass sie aus Feuer, aus rauchlosem Feuer bestehen. Und, naja, das muss man sich machen. Die kommen in die Feuerhölle, wenn sie nicht gehorchen. Als Strafe. Man glaubt das nicht, aber das wird mehrfach von Islamgelehrten, egal ob das jetzt Ibn Wufili, Al-Mussawi, As-Sujuti oder auch Ibn Tamir bestätigt wird. Kompletter Unsinn und lediglich antike Aberglaube. Aber die glauben das. Menschen hingegen, naja, die werden oft erwähnt. Mit Mahnungen und gleichzeitigen Drohungen. Der Schöpfer, Schrägstrich Gott, ein böser Gott ist, der ganz sauer werden kann, unheimlich enttäuscht ist von den Menschen, die ihm nicht gehorchen. Also müssen die Menschen vor diesem Gott Angst haben. Das steht ja unheimlich oft im Koran. Aber sie wurden ja unvollkommen erschaffen. Also vielleicht müssen sie das dann doch nicht. Aber sie sind immerhin so unvollkommen, dass sofort nach der Geburt an den Menschen erstmal rumgeschnippelt werden muss, um die empfindlichsten und damit schönsten Nerven in meinen Augen zu entfernen. Aber mir tun Muslime so leid. Männer und Frauen. Und im Grunde genommen kann ich jetzt hier aufhören. Da ja ganz klar nichts Interessantes oder Korrektes im Koran über die Entstehung von Menschen, also über Embryologie überhaupt steht. Und es ist ja eigentlich nur noch schlimmer wird, falls ich etwas tiefer bohren sollte. Naja, also mache ich das mal. Ich kann jetzt jeden Satz über die Herstellung von Menschen rannehmen und widerlegen und mich sogar mockieren und da alberne Kommentare darüber machen. Über die oberflächliche Dreistigkeit, mit der Islamogäbten diese Sätze auslegen, verdrehen und verfälschen. Aber guck mal, mir geht es doch gar nicht darum, Menschen lächerlich aussehen zu lassen. Sondern deren Behauptungen, die ja auf Falschaussagen von Scharlatanen wie Sindani beruhen, wie ich ja in meinem Bücherismus-Video gezeigt habe, was dann zu dem oben erwähnten Betrug führt. Das heißt also, es ist nicht jeder Moslem oder jeder Apologete das behauptet, ein schlechter Mensch. Die meisten sind einfach nur zu blauäugig und zu naiv, um nachzugucken. Sie sind halt oberflächlich. Sie wollen das glauben, weil es sich schön anhört. Aber da darf man dann nicht drauf bestehen. Da muss man dann einfach nur sagen, es ist meine persönliche Meinung und wenn du Argumente hast, die dagegen sprechen, dann bin ich bereit, mir die anzuhören. Nur das sehen wir halt in den wenigsten Fällen. Aber okay, um es jetzt aber greifbar, einfacher und für jeden verständlich zu machen, beschränke ich mich jetzt auf den Absatz im Koran, der am häufigsten herangezogen wird, um das Wort, ich kann es kaum sagen, Embryologie zu benutzen. Auch wenn es ja falsch ist. Das wissen wir jetzt. Okay, und das ist jetzt in Kapitel 23, die Sätze 12 bis 14. So, zunächst mal als Übersicht und dann etwas detaillierter, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Interpretationen dieser drei Bereiche und dieses Abschnitts aussehen können. Eben weil der Koran so vage und mehrdeutig geschrieben wurde. Und meiner Meinung nach sogar absichtlich. Dann fangen wir mal mit Satz 12 an. Dann zeige ich das mal, was mir so auffällt. Also erst mal wir. Wir haben also erst mal wir, das Pronomen, erste Person, plural. Obwohl sich hier an dieser Stelle mal alle Interpreten oder die Exegeten mal einig sind, springen die Autoren des Koran ständig zwischen den unterschiedlichsten Pronomen hin und her. Teilweise mitten im Satz. Warum sollte sich denn ein Gott, ich komme da auch nicht auf die Idee, warum sollte ein Gott selber mitten im Satz oder mit ich, wir, er oder sogar in der dritten Person als Gott bezeichnen? Irgendwie zeigt das alleine schon auf menschliche Ursprünge des Korans hin. Mit verschiedenen Autoren. Und dieser Schöpfer, Schrägstrich Gott, hatte also Menschen erschaffen. Abgeschlossene Vergangenheit. Aber es werden doch immer noch Menschen geboren, hergestellt. Wenn sich dieser ganze Abschnitt aber nur auf Adam beziehen sollte, das hört man nämlich auch öfters, aber dann stimmt ja der Rest nicht. Also eine klare Inkonsistenz und Ungereimtheit. Auf jeden Fall wurde also ein Mensch aus Ton oder Lehm hergestellt. Hm, jetzt sind Ton oder Lehm, also Ton und Lehm sind nicht ein oder selbe. Das sollte ein Gott doch wissen, oder? Die Gelehrten, die den Text übersetzt haben, waren sich nicht ganz sicher, was genau hier gemeint war. Irgendwie hat sich Gott da nicht so richtig klar ausgedrückt. Ton, Lehm, Extrakt von Ton, Derivat von Lehm? Man weiß es nicht. Naja, wenn denn Teile von Schlamm, Lehm, Ton oder was auch immer hier sind. Welche Teile denn? Welche Teile denn von diesem Schlamm oder welcher Extrakt war es denn? Was genau wurde denn zur Herstellung von Menschen benutzt? Wenn das so wischiwaschi und nicht sagend dasteht, wozu denn sowas Ungenaues überhaupt erwähnen? Dann kann man ja eigentlich auch schreiben, dass Menschen einfach so durch Zaubersprüche ins Leben gerufen wurden. So wie sei und er war und da war er dann halt. Oder aus dem Nichts oder so. Naja, stimmt ja, das steht ja auch im Koran. Na ja gut, dann kann man sich das ja irgendwie aussuchen, weil der Koran hat hier 13 verschiedene Materialien parat, aus denen Menschen angeblich an verschiedenen Stellen im Koran hergestellt wurden. Auch der Ton mit dem Extrakt, welches nicht spezifiziert wird. Oder Zauberei. Und natürlich darf es nicht fehlen aus Nichts. Leider fehlt was Wichtiges in der Liste. Das Wichtigste eigentlich. Das Element, auf dem nicht nur Menschen basieren, nämlich Kohlenstoff. Der wird nicht erwähnt. Mit keinem Wort. Nichts. Nie. Überhaupt nicht. Sollte ein Gott das nicht wissen? Also der Satz 12 in Kapitel 23 ist also schon mal völliger Quark. Und komplett falsch. Na dann gehen wir mal zum Satz 13. Mal gucken, ob der besser wird. Also der Mensch, der jetzt aus Ton oder Leben oder was da immer, der Gemeinschaft, wird danach an eine sichere Ruhestätte gesetzt. Der geschützte Ort, so wie in Banktresor, das ist innerhalb eines Menschen mit Gebärmutter. Nicht geschützt hinter Rippen oder sowas, sondern in der weichen Bauchregion, wo Stöße, Töne, Licht nur durch dünne Häutchen abgeschwächt werden. Also weder gefestigt noch geschützt. Und es ist auch keine Ruhestätte. Da wird hart gearbeitet. Da geht es richtig rund, einen Menschen daherzustellen. Na ja, als was wird denn jetzt dieses, ich weiß nicht was, da jetzt dieses Nutfer da jetzt eigentlich reingebracht, na ja, als Samentropfen. Ähm, ja, bitte was? Was soll denn das jetzt schon wieder sein? Ein Samen ist eine Zelle und nicht flüssig. Na ja, als Nutfern halt im Lexikon lesen wir das von Tropfen, Wasser, Seminale Flüssigkeit, also Samenflüssigkeit und so weiter und so weiter. Okay, also nochmal zurück in den Biologieunterricht. Also das lernen wir in der Schule. Gronaden stellen Gameten her als haploide. Weibliche und männliche Keime oder Geschlechtszellen mit jeweils einem halben Chromosomensatz. So, das lernen wir in der Schule. Aber weder eine weibliche noch eine männliche Keimzelle sind flüssig. Was aber die Menschen damals lediglich sehen konnten, war eine klebrige, zäh, flüssige Substanz, weiß, die sie aber, ganz richtig, mit der Entstehung neuen Lebens in Verbindung gebracht haben. Sie wussten nur nicht wie. Und daher gab es viele verschiedene Geschichten über Götter und wie diese ihre Lieblingsgeschöpfe hergestellt haben. Leider alle falsch, wie wir heute wissen. Aber guck mal, eine weibliche Eizelle, die größte Zelle im menschlichen Körper, die kann mit Litern von Samenflüssigkeit umspült werden, ohne befruchtet zu werden. Da ist wenigstens einer Samenzelle bedarf, die mit der weiblichen fusioniert, die dann das Flagellum abwirft und den Chromosomensatz abliefert und damit eine Schwangerschaft auslöst. Und diese nunmehr komplette Zelle nach der Fusion, die nennt man dann Sigote. Aber jetzt, wenn da keine Samenzelle ist und keine Eizelle, dann ist da auch keine Befruchtung, also auch keine Sigote. So einfach ist das doch. Sollte ein Gott das nicht wissen? Weil wenn es das nicht gibt, dann gibt es auch keine Schwangerschaft. Denn die Flüssigkeit selber ist ja unerheblich, ist lediglich Transportmittel und Energielieferant. Eine weibliche Flüssigkeit kommt bei der Befruchtung nicht ins Spiel. Aber naja, irgendwo muss ja irgendwie eingebracht werden. Also kommen unehrliche Apologeten darauf, die behaupten dann, die Minimenge, die an Flüssigkeit, die beim Platzen des Follikels freigesetzt wird, um die Eizelle in den Eierstock zu entlassen. Das sei hier im Koran gemeint. Aber leider ist es nur ein weiterer Fehler im Koran. Und eine glatte Lüge der Apologeten. So wie dieser hier. Den ich ja gründlich sowohl entlarvt als auch widerlegt habe. Aber viele Muslime und auch die Apologeten glauben, dass hier eine echte Koryphäe steht. Nicht einfach nur ein Finanzgenre. Okay. Also im Koran wird behauptet, dass ein Mensch aus Matsch oder Schlamm oder Lehm oder Ton oder was auch immer von einem Schöpfergott individuell hergestellt wird in Handarbeit. Anschließend, also erst danach, als Mensch in die Gebärmutter eingepflanzt wird, die auch noch dazu als ein sicherer Ort bezeichnet wird. Aber trotzdem wird der Mensch als Samentropfen, also nicht mehr als Mensch, dort eingesetzt. Wird jetzt der Mensch Matsch, ein Samen oder eine Flüssigkeit irgendwo eingesetzt? Ja, was denn nun? Das sollte ein Gott doch wissen, oder? Also ich komme da nicht mit klar. Und dann, naja, im letzten Abschnitt geht es dann nochmal rund. Man braucht immer etwas sehr Merkwürdiges. Etwas sehr Merkwürdiges? Man braucht einen männlichen Samen. Nein, doch. Dazu kommt dann unbedingt eine weibliche Eizelle. Nein, doch. Und Sie wissen dann, das wird ein Mensch. Ich? Nein, doch. Wir kommen jetzt zum heutigen Highlight. Dem Satz Nummer 14 im Kapitel 23. Der Samen, der Tropfen, der wird, Simsalabim, zu Blut. Zu Embryo. Blutklumpen. Aller, ja, wat denn nu? Also, irgendwie kommen die hier nicht klar, die Jungs. Das ist ein ziemliches Chaos hier. Im Lieblingsblättchen der Schias von Batul übrigens, wird da gleich mehreres daraus gemacht. Der Islamoged Hamza, der wedelt ständig mit einem extrem albernen Blättchen rum, das ich auch hier habe. Als Belustigung. Hamza aber, also der Apologet von Batul, der Schia, der nimmt das furchtbar ernst. Ohne zu erkennen, dass sich hier lediglich die Erfahrung des 7. oder 8. Jahrhunderts wiederfindet. Nicht mehr. Damals hat man halt einen Klumpen Fleisch gesehen. Da wussten die nicht, was das ist. Und Apologeten versuchen jetzt, da heutiges Wissen rein zu projizieren, was aber misslingt, weil das Delta einfach zu groß ist. Nur geht der Batul-Sprecher, also dieser Hamza jetzt los und tut so, als ob das trotzdem in der Realität bestätigt würde. Er merkt aber, dass ich hier, also ich zumindest, völlig unbeeindruckt bin und das schnell und präzise widerlege. Und daher kommt wahrscheinlich auch die Debatte über diese Empryologie im Koran nicht zustande. Obwohl sie hier zugesagt hatten und wir bereits einen Termin hatten und ich meine Argumentation denen zugeschickt hatte. Es scheint mir aber so, als hätten die gemerkt, dass die hier Schiffbruch erleiben und deswegen laufen sie lieber weg und lassen das. Weil sie eben keine Argumente haben, mangels Masse im Koran. Und gerade in diesem Satz, wo irre Behauptungen kreuz und quer aufgestellt werden, die können sich genauso wenig entscheiden wie ihr geliebter Gott. Also nehmen sie alles, was ihnen zu dem Wort Alaka in den Sinn kommt. Also sagen, es ist sowohl ein Blutegel, als auch etwas Festhänges, als auch ein Blutklumpen. Äh, ein was? Der Blutklumpen wird erklärt, indem man ein Bild nimmt, in dem ein erster Blutkreislauf im Embryo dargestellt wird. Der übrigens abgeschnitten wird, also da wird dann nur der obere Teil genommen, um dann zu sagen, ja das sieht ja aus wie so ein Blutegel. Also irgendwie ist die Unehrlichkeit, das kennt hier keine Grenzen. Einmal ist es so, andererseits wieder anders. Dann nehmen sie dasselbe, schneiden da was ab und sagen, das ist das. Dann tun sie es wieder dran und sagen, nee, das ist ganz was anderes. Ich verstehe das gar nicht. Die belügen sich selber, schießen sich selbst ins Knie und sagen dann, siehste, wir haben doch recht gehabt. Du hast keine Ahnung, ich bin nach Hause gegangen, ich bin sicher, ich hatte dich komplett alle gemacht oder zerlegt oder was immer die daneben. Haben sie aber gar nicht, das ist einfach nur Blödsinn. Naja gut, das ist dann nach drei bis vier Wochen und soll aussehen wie ein Blutklumpen. Echt? Ich würde zu gerne mal einen Islamapologeten bitten, mir einen solchen Blutklumpen zu zeigen, der so aussieht. Das ist doch reine Fantasie. Ein Embryo, das war ja der zweite Punkt, der hängt auch nicht fest, sondern schwebt in der amniotischen Flüssigkeit. Mit einer flexiblen Nabelschnur mit der Mutter verbunden über eine Plazenta. Da ist nichts mit Festklammern oder sonst irgendwas. Weil schließlich, wer das mit dem Blutegel erfunden hat, der sollte für den Rest des Lebens ausgelacht werden. Echt, das ist doch nur eines. Idiotisch. Ein Blutegel... Achmin, wie... Legt ein Embryo Eier? Nein. Ist der Embryo ein blutsaugender Wurm? Nein. Er nährt sich. Ein Embryo von Blut? Nein. Das ist ein Transportmittel. Ist ein Embryo 13 Zentimeter lang? Nein. Das sind gerade mal vier Millimeter in diesem Stadium. Hat ein Embryo hintere und vordere Saugnäpfe? Nein. Hat ein Embryo 60 bis 100 Zähne? Nein. Kinder, es hört doch mal auf. Hält ein Embryo an seiner Beute fest? Nein. Hat ein Embryo fünf Paar Augen? Ich glaube nicht. Und ist jeder Embryo ein Zwitter? Nein. Welcher Trotte hat sich das ausgedacht? Echt. Na ja gut. In unserem Wunderblättchen. Und hier heißt es trotzdem, dass dies alles mit der Realität genauestens übereinstimmt. Und Islamogäten glauben das. Blind. Ohne nachzufragen oder nachzuhaken. Also ich werde das Heft mal Stück für Stück durchgehen. Und jede Wunderbehauptung mal individuell in einem Video widerlegen. Das gönne ich dann mir selber auch nochmal irgendwann. Und vielleicht auch nochmal das Buch von BK, dass ich da auch nochmal einfach Stück für Stück da durchgehe und das alles kaputt mache. Ich meine, wir müssen doch irgendwann mal auf eine Basis kommen, die ehrlich ist. Wir müssen doch irgendwann mal sagen können, okay, wir haben was Belastbares und da können wir uns einigen. Und in dem Augenblick haben wir dann eine Basis, wo wir gemeinsam weitergehen können. Aber so geht das doch nicht. Das passt doch alles nicht. Weil hier geht es jetzt weiter im Text, im Koran. Mit einer gekauten Substanz. Im Koran ist das, aus einem Blutklumpen wird ein Fleischklumpen. Toll. Was bitteschön ist ein Fleischklumpen. Ich musste nachgucken. Und laut dem Wörterbuch der deutschen Sprache ist das hier ein großes, formloses Stück Fleisch. Ein Fleischkoloss. Na ja, in der Gebärmutter ist es hier ca. 4 mm groß. Und sieht so aus. 4 mm. Entspricht das einem gekauten Fleischklumpen? Wie viel Fantasie und wie wenig Ethik bedarf es, um so einen Blödsinn zu behaupten? Hätte ein Gott das nicht irgendwie besser ausdrücken können, sodass man es versteht und sodass es dann auch stimmt? Und das Problem ist ja schon wieder, dass die Islamogäbten darauf abfahren, wie etwas dem Aussehen nach etwas anderem ähnelt. Aber das ist doch nicht sagend. Da kann ich auch ein U-Boot oder ein Jumbo-Jet mit einem Embryo vergleichen. Das Problem sind hier z.B. die Summiten, die sich kurzzeitig bilden. Die mit Abdrücken von Zähnen verglichen werden. Wirklich? Das ist doch lächerlich und albern. Mann, gibt es eine Ähnlichkeit? Nein, überhaupt nicht. Das ist doch fälliger Blödsinn. Also man braucht unheimlich viel Fantasie und sehr viel Unehrlichkeit, um hier ein 4 mm großes Gebilde durch Zahnabdrücke nachzuempfinden. Durch Kaugummi oder Fleisch oder was anderes. Das ist ja egal. Es gab doch schon vor 2000 Jahren Fehlgeburten. Sodass sich die Griechen mit den diversen Stadien, also die haben denen dann Stadien zugewiesen, einer Schwangerschaft beschäftigen konnten. Das ist auch so ein Ding. Nein, ein Embryo entwickelt sich nicht in Stadien. Ein Embryo entwickelt sich und wir Menschen haben dem Stadien zugeordnet, damit wir uns besser darüber unterhalten können und die Leute unter sich dann in der Kommunikation Klarheit haben, worüber sie eigentlich reden. Das ist alles. Na ja, gut. So, und die Griechen, ja gut, mit den Griechen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Weil jetzt wird es erstmal gefährlich. Da aus dem Fleischklumpen Knochen werden. Knochen, ne? Harte Knochen, vor der Geburt. Wer hat sich das ausgedacht? Und wer bisher herdrangeblieben ist, der erlebt jetzt das Highlight, der Diskrepanz zwischen Koran und Realität. Denn jetzt wird von dem Schöpfer, schrägstrich Gott, behauptet, dass zur Herstellung des Menschen erst Knochen hergestellt worden sind, die anschließend mit Fleisch bekleidet wurden. Wurden, ne? Nicht werden, sondern wurden. Knochen, mit Fleisch, bekleidet, bedeckt. Deckt sich das mit der Realität? Nein, nicht im geringsten. Sogar. Und das ist jetzt hier der Kicker. Ganz im Gegenteil. In der realen Welt ist das anders. Da hier erstmal nur Knorbel oder Bindegewelle, wo es immer gebildet wird, dass ich dann nach und nach durch Einladung von Calcium werde, die Ossifikation. Und er ist nach der Pubertät, also 20 Jahre später abgeschlossen und damit fertig als Knochengerüst existiert. Das ist mal die Diskrepanz. Und die diversen Islamogäben, die diversen Blättchen, alle nehmen Bezug auf einen Dr. Keith Moore, einen Anatomie-Professor aus Kanada, der seinerzeit von Sindani angeheuert wurde. Hier im unteren Teil, ne? Also ich will jetzt nicht auf die ganzen Geschichten eingehen. Ich habe mal Dr. Moore analysiert und habe da ein Video drauf gemacht und bla bla bla. Und habe dann auch gezeigt, was wir alles unternommen haben, um diesen unehrlichen Mann zu einem Geständnis zu bewegen. Aber der hatte nur Angst. Der wollte einfach nicht. Und deswegen haben wir ihn letztendlich auch in Ruhe gelassen. Wir haben erkannt, dass er, ja okay, er hat einen Fehler gemacht. Aber da kam er so nicht wieder raus, ohne seine Familie zu gefährden. Was mir ja auch angedroht wurde. Und deshalb kann ich die Lügen und das hinterhältige Verhalten nur verurteilen. Aber gleichzeitig kann ich es auch verstehen, dass er sich selber nicht aus der Patsche, nicht mehr aus dieser Situation befreien konnte und seine Lügen mit ins Grab genommen hat. Wenn ich aber sein Buch sehe, The Developing Human zum Beispiel, und jedes weitere beliebige Buch von egal welchem Autor nehme, ich finde dort immer zwei interessante Fakten. Das Erste, dass ich vier Elemente brauche, um eine Schwangerschaft zu starten und das Zweite, da werden keine Knochen gebildet. Das heißt also, die vier Elemente, die ich brauche, das sind immer zwingend notwendig. Eine weibliche Eizelle, eine männliche Samenzelle, dann ein Prozess, die Fusion der beiden Zellen und viertens dann die daraus resultierende Zygote. Wenn nur eines dieser vier Elemente fehlt, gibt es keine Wangerschaft. So einfach ist das. Und dann, also das mit den Knochen, sorry, ganz im Gegenteil, nur mal als Beispiel hier die Finger. Das Gewebe zwischen den Knochen der Finger wird nicht bekleidet, sondern stirbt ab. Und das wird nicht nur von Dr. Moore dargestellt, sondern von allen Experten. Also das genaue Gegenteil von dem, was im Koran behauptet wird. Es wird also nicht bekleidet, sondern es stirbt ab. Und hier, hier ist ja das Diagramm dazu. Und hier kann man ganz klar erkennen, dass er beschreibt, wie Arme bis zu den Fingerspitzen gebildet werden und die Knochen, aber der Finger, nicht umwickelt werden, sondern ganz im Gegenteil, das Gewebe abstirbt zwischen den Knochen. Das gilt analog dann natürlich auch für Füße und die Zehen. Aber das konnten die Menschen im Mittelalter natürlich nicht wissen, weshalb es in Texten der Griechen und damit auch im Koran falsch dargestellt wird. Aber sollte ein Gott das nicht wissen? Wieso schreibt denn ein Gott etwas Falsches in sein Buch, was wir Menschen heute ganz klar sehen können? Der Koran erwähnt auch keines der vier unbedingt notwendigen Elemente Samenzelle, Eizelle, Prozess der Fusion, Zygote und stellt das genaue Gegenteil dessen dar, was wir in der Realität beobachten können. Ehrlich, sollte ein Gott das nicht wissen? Sollte es nicht besser können? Naja gut, ich habe jetzt mehrfach die Griechen erwähnt. Warum habe ich das? Naja, die haben etwas Ähnliches geglaubt. Ja, haben sie, das ist halt so. Galenus oder Galen zum Beispiel schreibt, der Fötus unartikuliert, ungeformt, hat aber inzwischen eine gewisse Solidarität. Und im Koran steht, aus einem Stück Fleisch, geformt oder ungeformt. Das heißt, sehr ähnlich. In seinem Buch, Galeni, die Semine, also Galen, was er über Samen sagt, der beschreibt Galen als vier Phasen in der Entstehung von Menschen. Und nur damit das klar ist, es sind nicht nur moderne Nicht-Muslime, die eine Übereinstimmung zwischen Galen und dem Koran festgestellt haben. Ein Dr. Basel Musalam vom King's College schreibt über alte Philosophen unter den Muslimen, wie zum Beispiel Ibn Qayyim, die Entwicklungsstadien, die der Koran und die Hadithe für die Gläubigen festlegen, stimmten vollkommen mit Galens wissenschaftlichen Bericht überein. Es besteht kein Zweifel, dass das mittelalterliche Denken diese Übereinstimmung zwischen dem Koran und Galen zu schätzen wusste, denn die arabische Wissenschaft verwendete denselben Koran. Von 1983 wird das ganz klar festgestellt. Das ist also keine moderne Erkenntnis, sondern das ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Und dann sehen wir auch Aristoteles. Der hat den Gedanken niedergeschrieben, dass Blut, Menstruationsblut, was ja während der Schwangerschaft ausbleibt, der Nährstoff für den Embryo ist. Er ist ja der Vater der Embryologie. Er beschreibt, wie das Fleisch die existierenden Knochen umwickelt und nimmt zur Veranschaulichung das Beispiel eines Künstlers, der erst ein Skelett herstellt, um dann erst Ton, um den Rahmen zu wickeln, um eine Figur zu erhalten. Das heißt, wir finden fast den gesamten Text aus dem Koran über die Entstehung eines Menschen in den griechischen Texten. Zufall? Mag sein. Es ist aber trotzdem komplett falsch. Hätte ein Gott das nicht wissen müssen? Wieso haben die Autoren, die Verfasser des Korans, diese ganzen Sachen von den Griechen übernommen, wenn sie doch falsch sind? Und alle Experten heute sind sich einig, dass es eine ganz klare Beziehung gibt zwischen dem Verständnis der alten Griechen und dem, was wir im Koran finden. Es gibt auch logische Schlussfolgerungen, wie der Inhalt der Texte, die in Kundishapur, also der medizinischen Lehranstalt in Persien, was da übersetzt und dann gelehrt wurde. Nur der Vollständigkeit halber, Dr. Moore hat den Koran nur am Anfang ein einziges Mal erwähnt, um die geschichtliche Evolution des Verständnisses über die Entstehung von Menschen zu zeigen. Er wusste nicht wirklich, was im Koran steht, da er auf eine Sechstagesfrist hinweist, die der Koran angeblich von der Verweildauer des Samens berichtet. Davon steht aber im Koran nichts. Das heißt, er hat auch wenig über den Koran gewusst. Na gut, der nächste Schritt im Herstellungsprozess im Koran, da ist dann aus dem Häufchen Knochen und Fleisch ein Geschöpf geworden oder daraus wird jetzt ein Geschöpf gemacht, ein anderes Geschöpf. Wie? Naja, keine Ahnung. Die Islamgelehrten erfinden hier eine völlig neue Deutung, nämlich das hier, ganz klar, hier muss ja gemeint sein, dass eine Seele in das Embryo gehaucht wird. Denn nur mit Seele, was immer das auch sein war, ist der Mensch ein Mensch und kann über eben diese Seele manipuliert werden durch diesen Gott. Eben als neue Schöpfung. Und das soll damit gemeint sein. Ah, ich finde es nicht so elementary. Also mir erschließt sich das nicht, aber die Gelehrten sind sich da relativ einig. Naja, und der letzte Teil von Absatz 14, der hat es dann nochmal in sich. Allah, der beste Schöpfer. Was ich, naja, was ich nicht mache, ich gehe hier nicht auf Hadith ein, da das alles nur noch ins bodenlos Lächerliche ziehen würde. Da ist ja wirklich nur absurdes und vor allem ziemlich albernes Zeug da drin. Nur muss man etwas Hintergrundwissen haben, um den Satz zu verstehen. Denn er stammt angeblich nicht von dem Gott des Islam, nicht von Mohammed, sondern von einem Schreiberling, der das voller Bewunderung ausgerufen haben soll und Mohammed das so gut gefiel, dass er beschloss, es in den Koran zu übernehmen. Und laut den Traditionen fiel der Schreiberling dann zunächst vom Glauben ab, als er erkannte, dass er einen Teil des Korans beigetragen hatte. Das war ein schmerziges Erwachen. Es bedeutet aber auch, dass wenn jemand der oder das Beste ist, dass es weitere gibt, die schlechter waren. Und die Beschreibung der Beste des X oder der Beste der X kommt im Koran häufiger vor. Auch wenn es um den Besserten Ränkeschmiedern geht. Es gibt also einen Wettbewerb der Ränkeschmiedere und da war Allah der Beste Ränkeschmiede. Also, ich denke, ich habe die Behauptungen des Korans über die Entstehung von Menschen erfolgreich widerlegt und gleichzeitig die Islamogäben, die das ständig wiederholen, auch. Ob die dadurch beeindruckt sind, das bezweifle ich. Da ich ja nichts Neues vorgebracht habe. Und die ja bisher auch einfach gelogen haben. Also, wissentlich etwas Falsches gesagt haben, um andere zu täuschen. Naja, werden die jetzt damit aufhören? Ich denke nicht. Also, da bin ich realistisch. Ich hoffe aber, und deswegen mache ich das ja hier auch, dass die Empfänger, also diejenigen, die solche Lügen aufgetischt bekommen, jetzt eher ein bisschen nachdenken werden und nachhaken werden und dann Fragen stellen werden und vielleicht dann Behauptung und Realität nebeneinander legen und beide mal miteinander vergleichen werden. Dann hätte ich mein Ziel erreicht. Mehr will ich nicht. Ich will keinen vom Glauben abfallen lassen oder konvertieren oder dekonvertieren, sondern mir geht es nur darum, dass die Leute nachdenken und dann über das, was sie erfahren haben, dann ehrlich darüber reden können und sich nicht durch Lügen beeindrucken lassen. Bis bald. Ciao.